Heute besuchen wir eine Feldbahnanlage im Garten. Also eine echt große Gartenbahn. Wenn man genug Platz hat, kann die Anlage ja ruhig auch ein bisschen größer sein. Die Hauptsache ist doch, dass man Freude daran hat. Hier wird geschaufelt, gebaggert und transportiert. Also ein ganz normaler Feldbahntag. Naja, früher zumindest. Passend dazu sind auch einige andere, mittlerweile historische Fahrzeuge vor Ort. Nicht fehlen darf dabei natürlich die Feuerwehr. Achja, das Wichtigste an diesem Tag? Mitfahren und Staunen. Die Feldbahn hier fährt auf 600 mm Spurweite. Oh, passende Getränke sind auch vorhanden. Schuss. 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 Bansch. Ja, wirklich Consoln says. Chuss. Schuss. Sollte Vom Lohrenzug bis zum wiederaufgebauten Passagierwagen ist alles auf der Strecke, was die Feldbahnanlage zu bieten hat. Und das lässt nicht nur Kinderherzen drüber schlagen. Untertitelung des ZDF, 2020